In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit Hilfe von OneDrive Dateien schnell, einfach und vor allem übersichtlich einsammeln kannst. Dazu habe ich bereits hier mein OneDrive geöffnet und erstelle nun einen neuen Ordner, in dem ich meine Dateien einsammeln möchte. Dazu Woche 3C. Vielleicht kennst du im Drei-Punkte-Menü bereits die Funktion Teilen. Damit könntest du diesen Ordner nun freigeben und je nach Einstellungen könnte jeder, der über diesen Link verfügt, in diesen Ordner Dateien hochladen, Dateien umbenennen, aber leider auch Dateien löschen. Daher möchte ich dir nun eine elegantere Lösung zeigen und diese Lösung ist Dateien anfordern. Du definierst hier nun noch einen Text, der bei der Anforderung angezeigt wird. Anmeldung Sportwoche 3C. Ich klicke auf Weiter und habe nun bereits einen Link generiert bekommen. Da dieser Link ziemlich lang ist, würde ich dir empfehlen, wenn du den Link austeilst, ihn eventuell noch mit einem Web-Tool zu kürzen. Ich verwende dazu gerne t1p.de. Aus diesem Dialog könntest du den Link auch direkt per E-Mail verschicken. Ich habe ihn allerdings kopiert und klicke auf Fertig. Um dir nun die Sicht einer Person zu zeigen, die über diesen Link verfügt, wechsle ich nun das Browserfenster. Ich habe nun diesen Link geöffnet und wie du siehst, Phil Stangl fordert Dateien an für Anmeldung Sportwoche 3C. Ich klicke auf Dateien auswählen und kann nun die gewünschte Datei wählen, Anmeldung.docx. Habe ich die falsche Datei erwischt, kann ich die Datei mit einem Klick auf das X wieder löschen. Möchte ich weitere Dateien hinzufügen, funktioniert das über den Punkt Weitere Dateien. Ich bin allerdings fertig, gebe noch meinen Namen an, in diesem Fall Demo-Vater und lade die Datei nun hoch. Die Datei wurde erfolgreich hochgeladen. Ich wechsle nun wieder zurück in mein OneDrive, um dir zu zeigen, dass die Datei auch bei mir angekommen ist. In meinem OneDrive klicke ich auf den Ordner Anmeldung Sportwoche 3C und sehe nun, dass die Datei vom Demo-Vater angekommen ist. Die Funktion Dateien anfordern fügt automatisch vor den Dateinamen den angegebenen Vor- und Nachnamen ein. Dadurch ist es dir möglich, besser den Überblick zu behalten. Ich hoffe, ich konnte dir eine schnelle, einfache und elegante Lösung zeigen, wie du in Zukunft Dateien in deinem OneDrive anfordern kannst.